Drei Viertel des Holzes, das in Salzburg geerntet wird, wird später zu Holzprodukten aller Art veredelt. Als Baustoff wird der nachhaltige Rohstoff im Bundesland immer selbstverständlicher eingesetzt. Mittlerweile ist der Holzbau mitten in unserer Gesellschaft, im Einfamilienhaus, im mehrgeschossigen Wohnbau und natürlich auch im Bürogebäude. Und vor allem bei den Gemeinden, in den Kindergärten, in den Schulen, es ist normal geworden. Und diese Normalität ist gut, weil das ist ressourcenschonend, das ist ein Baustoff, der aus der Region stammt und den man dann, wenn es am Ende ist, auch wieder gut verwerten kann. In jüngster Zeit wird Holz auch verstärkt im Wohnbau genutzt, wie beispielsweise im Ronald McDonald Kinderhaus. Dort finden Eltern schwerkranker Kinder direkt am Krankenhausgelände ein Zuhause auf Zeit. Die Familien fühlen sich bei uns sehr wohl im Haus. Wenn sie zu uns hereinkommen, finden sie eine warme, freundliche Atmosphäre. Wir wollten auch als Kinderhilfe Nachhaltigkeit zeigen. Und eben, wie gesagt, Holz kann einfach nichts ersetzen, weil es einfach gut tut, in einem Raum zu sein mit viel Holz. Auch Holzgebäude mit sieben Geschossen sind Normalität geworden, zumindest für das Internat des Holztechnikums Kuchl. Holz ist für uns der Werkstoff der Zukunft. Deswegen war es außer Frage, natürlich mit Holz zu bauen. Und was uns auch noch sehr dabei geholfen hat, war, aufgrund der kurzen Bauzeit von acht Monaten, hat es sich angeboten, dass wir in Modularbauweise bauen. Und man kann sich vorstellen, dass das Interesse der Schülerinnen und Schüler sehr hoch ist, dort nach der Errichtung im September gleich einen Platz zu haben. Völlig neue Wege geht auch die Landwirtschaftsschule Winkelhof. Bis Ende nächsten Jahres wird dort mit Holz als wichtigstem Baustoff umfassend modernisiert. Es werden eine neue Reithalle, Pferdeställe und Werkstätten allesamt aus Holz errichtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.